Hi, hier eine kleine Bienenshow für euch. Jetzt fangen sie an zu rennen. Seht ihr das, jetzt haben sie alle begriffen, dass da oben die Königin-Pheromone sind. Guck mal, wie schnell die da jetzt hochflitzen. Also Bienen im Schwarmtrieb sind total friedlich. Die haben da keine Lust zu stechen. Wenn man sie quetscht, ja. Oder wenn sie dir ins Hemd reinfliegen, dann hast du aber auch eine Quetschung, wenn sie stechen.